Hallo meine Lieben und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Ich habe schon ewig kein Video mehr auf YouTube veröffentlicht. Aber die meisten von euch verfolgen mich ja auch auf Instagram. Da poste ich ganz fleissig immer, was gerade aktuell ist. Und was, ja, ich glaube nicht mehr übersehbar ist. Das Aktuellste ist halt momentan die Schwangerschaft. Und da kommen natürlich so viele Fragen, weil ihr ja wisst, dass ich mich seit einigen Jahren schon vegan ernähre. Und da kommen ja so viele Fragen, wie machst du das in der Schwangerschaft? Bleibst du jetzt vegan, auch wenn du schwanger bist? Und vor allem, was wird mit eurem Kind passieren? Muss das Kind sich vegan ernähren? Also wird dem Kind diese Mangelernährung aufgezwungen? Das ist so die typische Frage. Und ich habe jetzt auf Insta schon einiges geschrieben und geteilt. Aber ich habe mir gedacht, dazu wird sich doch mal wieder ein YouTube-Video lohnen. Denn zu diesem Thema herrscht in der Tat noch sehr viel Unwissen. Es kursieren so viele Mythen. Und dann ist es kein Wunder, dass ganz viele verunsichert sind, was die vegane Ernährung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit oder eben auch im Kleinkinderalter betrifft. Bevor wir das Video jetzt offiziell starten... Ups! Genau, muss ich mich entschuldigen, meine Katzen hier. Ähm, ja. Machen mal wieder, was sie wollen. So schnell. Aber ja, lasst euch von denen nicht ablenken. So, entschuldigt, wenn ich immer mal wieder aufs Handy schaue. Ich habe mir hier lediglich auch einige Notizen gemacht, die ich nicht vergessen will, dass es zu dem Thema ganz viel zu sagen gibt. Jetzt ja die erste Frage. Anja, du ernährst dich ja vegan, das mag ja funktionieren im Erwachsenenalter. Aber jetzt, wo du schwanger bist, ernährst du dich da weiterhin vegan? Offensichtlich ist es immer noch so, dass viele denken, in einer Schwangerschaft sei es gefährlich, sich vegan zu ernähren. Erstaucht mich leider auch nichts, weil einfach noch zu viel Unwissen hier draussen hin und her kursiert. Vor allem leider auch teilweise von Ärzten. Ich habe mir von mehreren Ärzten schon sagen lassen, dass Ernährung, also ich muss so sagen, dass im Medizinstudium Ernährung nicht tiefgründig behandelt wird. Also, somit hat mir ein Arzt gesagt, dass eigentlich Ärzte oftmals Laien sind, was die Ernährung betrifft. Weil das ist nicht das, was sie hauptsächlich lernen. Was ich persönlich sehr schade finde. Weil ich finde, gerade mit Ernährung kann man doch, was die Gesundheit angeht, so vielem schon vorauswirken, entgegenwirken. Und ja, ich finde, die Ernährung ist eigentlich unsere wertvollste Medizin. Deswegen finde ich persönlich, das hat sehr schade, dass nicht selten Menschen oder gerade Schwangere, die sich vegan ernähren oder möchten, von Ärzten dann halt irgendwie davon abgehalten, respektive verunsichert werden. Genau. Ich kenne mich sehr gut aus mit der veganen Ernährung. Trotzdem aber, habe ich mir gesagt, gerade in der Schwangerschaft will ich mir einfach auch einen Spezialisten zuziehen. Deswegen habe ich da zusätzliche Unterstützung im Rücken vom Doktor Med Renato Wernli, ein Arzt aus Zürich, der selbst seit neun Jahren sich vegan ernährt. Und das natürlich auch seinen Patienten empfiehlt, respektive sehr offen ist dafür, mehr als offen ist dafür. Und euch auch gut betreuen kann, euch auch genau sagen kann, welche Blutswerte ihr immer im Auge haben sollt. Und der weiss einfach sehr, sehr, sehr viel darüber, falls jemand das interessiert. Weil es ist doch auch schwierig, einen Arzt zu finden, der dafür offen ist. Ja, wieso sollte die vegane Ernährung im Erwachsenenalter funktionieren, jedoch in der Schwangerschaft aber nicht zu empfehlen sein? Diese Frage, oder ja, das sagen sehr oft Laien, Menschen, die sich generell noch nie mit Ernährung befasst haben. Und wenn ich dann denen sage, ja, nenne mir einen einzigen Nährstoff, den ich ausschliesslich aus tierischen Produkten beziehen kann, welcher mir also fehlen würde bei einer veganen Ernährung in der Schwangerschaft, welcher wäre das? Und dann ist eigentlich relativ schnell Ruhe, respektive es kommen dann Argumente wie B12, Protein, Eisen oder Magnesium. Das sind so diese, die hat die Leute irgendwie das Gefühl haben, kann man pflanzlich nicht beziehen. Und dazu möchte ich heute in diesem Video einiges sagen. Bevor wir loslegen, möchte ich gleich mal zu meinen Blutwerten kommen. Denn diese belegen ja, dass mein Baby und ich vollkommen gesund sind. Und genau, diese habe ich abnehmen lassen bei meinem Arzt, den ich gerade erwähnt habe. Und der sagt übrigens, dass eine ausgewogene und vollwertige pflanzliche Ernährung in jeder Lebenslage, inklusive Schwangerschaft, Stillzeit, Geburt, äh, Geburt, Kind, Kleinkind meine ich, ältere Menschen, die absolut gesündeste ist. Man muss natürlich sagen, ähm, das ist ein Satz, den ich immer wieder gerne sage, Mischköstler ist nicht gleich gesund und vegan ist nicht gleich ungesund und umgekehrt. Es muss immer vollwertig und ausgewogen sein, ähm, genau. Aber wenn das beide Ernährungsformen sind, bringt eine rein pflanzliche Ernährung, also die vegane Ernährung, auf jeden Fall Vorteile mit sich. Aussage meines Arztes. So, zu meinen Blutwerten. Ihr seht die hier, ich blende die euch gleich ein. Zum Beispiel das Eisen. Seht man, mein Wert ist 13,4. Das ist mehr als der Durchschnitt einer Mischköstler-Schwangeren. Und, ähm, ich kann euch ehrlich sagen, das war zum Erstaunen meiner Frau eine Ärztin, die sich nicht vegan ernährt, die nicht viel darüber weiß. Allgemein, äh, sie hat meine Werte gesehen und meinte, ihre Blutwerte sind ein Traum. Jetzt müssen sie mir das erklären. Aus was für Quellen beziehen sie denn Eisen, wenn sie kein rotes Fleisch essen? Ja, dann habe ich ihnen kurz einen Crash-Quiz gegeben, was die Ernährung angeht, wo eben überall Eisen drin ist. Und, ähm, ja, es ist, es erstaunt mich nicht, wenn das ja nicht mal eine Ärztin weiß, dass es halt ganz viele, die jetzt dieses Video schauen, vielleicht auch noch nicht wissen. Deswegen möchte ich euch jetzt da gerade einiges zu sagen. Ihr seht auch Eiweiß, wo man ja immer sagt, ja, wie willst du Protein aufnehmen? Das pflanzliche Protein hat ja eine viel schlechtere biologische Wertigkeit als das tierische. Das kann der Körper gar nicht aufnehmen. Es ist eben auch so ein Mythos. Respektive ist etwas dran. Man muss eben nur wissen, wie. Und dann sieht man auch, dass ein wunderschöner Wert schön in der Mitte möglich ist anhand von meinen Blutwerten. Und dass das alles problemlos geht. Kalzium genauso. Man sagt ja immer, Kalzium ist nur in der Milch. Ja, also soviel mal zu denen. Also, gegen meine vegane Schwangerschaft, gegen die Gesundheit meines Babys oder von mir ist absolut nichts einzuwenden. Meine Frau, eine Ärztin sagt mir, machen Sie so weiter, Frau Zeidler. Im Ultraschall zeigt sich auch, alles entwickelt sich völlig normal. Das Herz, das Gehirn, alles, jede Funktion. Am Kind ist so, wie sie sein sollte. Und ja, soweit alles gut. Ich komme sehr gerne darauf, wie es denn nach der Schwangerschaft mit der Ernährung des Babys oder des Kindes dann weitergehen soll. Muss es sich vegan ernähren oder darf es Fleisch essen? Wie machen Milan und ich das mit unserer Tochter? Da komme ich gleich drauf. Vorher aber möchte ich gerne mit dem grossen Mythos aufräumen. Pflanzliches Eiweiss kann der Körper nicht verwerten. Respektive, es fehle pflanzlichem Eiweiss an gewissen Aminosäuren. Ich sähle euch gleich einige pflanzliche Eiweissquellen auf, damit ihr mal einen Überblick bekommt, wo überall pflanzliches Eiweiss drin ist. Auf jeden Fall ist es so, dass gewissen pflanzlichen Eiweissquellen durchaus eine Aminosäure fehlt, die sich in tierischem Eiweiss finden würde. Und zwar ist das Methionin. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich jetzt Fleisch esse, habe ich vielleicht direkt ein vollständiges Aminosäurenprofil. Jedoch nehme ich durchs Fleisch auch noch ganz viele andere Stoffe auf, die ich persönlich bedenklich finde. Zum Beispiel sind das diverse Hormone, Bastumshormone, Stresshormone. Dann sind da nicht selten Antibiotika mit drin. Dann ist das Ganze natürlich mit sehr viel Tierleid verbunden. Und sonst frage ich mich halt, wie gut sind für den menschlichen Körper die tierischen Fette. Wirklich gibt es da nicht einen gesünderen Weg, um an Eiweiss und an Eisen zu kommen. Und den gibt es nämlich durch Pflanzen. Jetzt habe ich kürzlich beim Schweizer Fernsehen einen Bericht gelesen, wo das mir wieder bestätigt wurde. Da hat nämlich eine Chemikerin genau das untersucht und sie hat auch gesagt, dass die Aminosäure Methionin zwar gewissen pflanzlichen Eiweissquellen fehlt, aber zur Genüge in diversen Getreiden wie zum Beispiel Reis, Mais oder Weizen vorkommt. Jetzt kann ich also einfach Linsen zum Beispiel kombiniert mit Reis essen oder Bohnen und Reis. Reis & Beans ist doch etwas gängiges, was viele von euch bereits kennen. Und somit habe ich ein vollständiges Aminosäurenprofil und kann Fleisch problemlos ersetzen. Jetzt denkt man sich vielleicht ja, okay, muss ich das jetzt immer kombiniert essen? Und das ist ja die Einfachheit daran. Nein, musst du nicht. Du kannst also problemlos mittags irgendwas essen mit Linsen oder Kichererbsen oder Kidneybohnen oder Tofu, wenn du magst. Es heißt ja immer, Veganer essen nur Tofu. Das stimmt nicht. Ich esse sehr selten Tofu. Ich zähle euch gleich diverse weitere pflanzliche Eiweissquellen auf. Aber kannst du natürlich auch essen, wenn du magst. Und dann kannst du abends irgendwas mit Reis oder Mais essen zum Beispiel. Und dann fehlt es dir an keiner Aminosäure und du kannst Fleisch problemlos ersetzen. So einfach ist das eigentlich. Jetzt habe ich hier eine Liste, das habe ich mal vorbereitet für eine Sendung mit ganz vielen Proteinquellen. Also wir haben zum Beispiel, zum Vergleich, in 100 Gramm Putenbrust, also in 100 Gramm Kulé, wie man das schweizerdeutsch sagt jetzt, haben wir ungefähr 22 Gramm Eiweiss und in der selben Menge, 100 Gramm Linsen, haben wir 24 Gramm Eiweiss. In Beluga Linsen sogar 27 Gramm, Süßlupine hat sogar 43 Gramm, Vollkornpenne, also diese Vollkornleigware, haben 12 Gramm Eiweiss auf 100 Gramm, hier sie hat 11 Gramm Buchweizen hat 9,8 Gramm. Und x beliebige viele mehr. Was ihr mit diesen einzelnen Sachen, wie zum Beispiel Hanfsahnen machen könnt, die gibt es eigentlich schon überall zu kaufen. Ich habe welche, die kommen aus Österreich und die kann ich mir problemlos in mein Smoothie mischen oder die kann ich mir so über das Müsli machen, ins Porridge mit einkochen. Also ja, da habt ihr extrem viel Eiweiss drin und genau, wenn ihr dann eben das mit der Kombination beachtet, ist auch die biologische Wertigkeit absolut kein Problem mehr. Dasselbe beim Eisen, wie kann es sein, dass ich einen so fantastischen Eisenwert habe, ohne dass ich tierische Produkte esse? Hierzu zähle ich euch ebenfalls gleich ein paar pflanzliche Eisenquellen auf und kann euch schon mal, bevor ich das tue, sagen, wie man denn das Eisen am besten verwerten kann. Eisen kann der Körper am besten in Kombination mit Vitamin C aufnehmen. Auf 100 Gramm Linsen haben wir zum Beispiel 8 Milligramm Eiweiss und auf 100 Gramm Rindfleisch, je nach Körperteil des Tieres, sind es eigentlich nur 2,5 bis 3 Milligramm Eisen. Also die Linsen haben ein Vielfaches mehr und wenn ich jetzt also diese Linsen kombiniert mit zum Beispiel einer Paprika esse, eine Paprika hat nämlich sehr viel Vitamin C, für Schweizer und Pepperoni, dann kann ich das Eisen wunderbar aufnehmen. Oder wie ich es mache, ich mache mir morgens immer einen Smoothie aus einer Banane, einem Apfel, etwas frisch gepresstem Zitronensaft, welcher mir das Vitamin C gibt und dann mit sich da noch Gerstengraspulver mit rein. Gerstengraspulver hat 5 mal mehr Eisen, also das kannst du sagen, 2 Esslöffel Gerstengraspulver oder ich glaube sogar nur 1 Esslöffel, 1 Kaffeelöffel, sorry, 1 Kaffeelöffel Gerstengraspulver hat ungefähr 5 mal mehr Eisen wie eine Handvoll Spinat. Also auch da kann man in der richtigen Kombination auch Eisensuppe aufnehmen und auch hier, ihr müsst es nicht unbedingt in einer Mahlzeit kombiniert machen. Dann blende ich euch hier gerne einige Lebensmittel ein, die viel Eisen enthalten, also Gerstengras habe ich genannt, grünes Gemüse, Kohl, Spinat, Kresse, Basilikum, Feld, Salat, Mangold, Rosenkohl, Nüsse. Ganz gebürtige Lebensmittel und ihr seht auch, das sind nicht einfach nur irgendwelche ausländischen Superfoods aus Südamerika importiert oder was auch immer, was ich hier aufzähle. Das ist ja auch immer so ein Klischee, dass es heisst, ja Veganer essen nur noch Avocados und das ist ja auch nicht gut für die Umwelt. Vielleicht komme ich in diesem Video dazu, zu diesem Thema auch noch ein bisschen was zu sagen, wenn man nämlich die Zahlen dann ganz genau anschaut. Sieht man nämlich auch, dass eigentlich zum Beispiel Rindfleisch viel schlimmer für unseren Planeten ist als die Avocado, was aber natürlich nicht ändert. Die Avocado ist ein importiertes Lebensmittel und es macht natürlich nicht Sinn, jeden Tag ein Avocado zu essen. Das sehe ich absolut gleich, stimme ich diesen Leuten teilweise zu, nur möchte ich auch sagen, dass Superfoods und vegane Ernährung, das sind zwei Paar Schuhe. Die können sich in gewissen Stellen überschneiden, sie müssen aber nicht. Es gibt ganz viele saisonale und regionale Produkte, aus denen ihr eben diese kritischen Nährstoffen oder eben eigentlich gar nicht so kritischen Nährstoffen absolut problemlos beziehen könnt. Dann dasselbe mit dem Kalzium. Wie kommt man denn an Kalzium ran? Man sagt ja immer, Kuhmilch, die ist unerlässlich, weil sie irgendwie das einzige Nahrungsmittel ist, was Kalzium enthält. Und ich glaube, da können wir gleich bei dem Punkt ansetzen, ist denn Kuhmilch wirklich ein Nahrungsmittel, welches für den Menschen geeignet ist? Weil ich glaube, wenn man das mal von Anfang an auseinander nimmt, Kuhmilch, was ist das? Ich bekomme bald ein Baby und ich produziere Muttermilch und mit dieser Muttermilch ernähre ich mein Menschenskind. Und von Natur aus ist das ja ein Prozess, dagegen können wir nichts machen und ich finde, halt sollten wir auch nichts machen, denn das ist ja so gewollt. Und genauso produziert halt die Katze für ihr Katzenbaby die Milch, der Hund für das Hundewelpen, die Giraffe für das Giraffenbaby und die Kuh eben fürs Kalb. Es liegt doch irgendwie auf der Hand, dass es nicht sein kann, dass eine andere Spezies von Natur aus Milch für ein anderes Lebewesen produziert. Zudem ist der Mensch das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, welches die Muttermilch einer anderen Spezies konsumiert und das noch im Erwachsenenalter. Also ich finde, das ist schon irgendwie, nur allein dieser Gedanke, ja, ist doch irgendwie einleuchtend, dass es irgendwie gar nicht für den Menschen sein kann. Jetzt glauben ja sehr viele immer noch, die Kuh gibt ja einfach Milch, wieso sollen wir sie nicht nehmen können, da ist ja nichts Schlimmes mit bei. Es ist eben so, dass die Kuh nur dann Milch gibt, wenn sie, wie eine Frau, neun Monate lang schwanger war. Dann gibt sie von Natur aus Milch für ihr Junges. Und sie gibt auch nur so lange Milch, wie es das Kälblein zum Wachsen benötigt und danach stellt sich das von Natur aus wieder ein. Jetzt ist es so, dass sehr oft, und zwar nicht nur im Ausland, auch bei uns in der schönen Schweiz, kurz nach der Geburt, das Kälblein von der Mutter weggenommen werden muss, dass man eben diese Muttermilch, der Kuh, nehmen kann und Profit daraus machen kann. Und das Kälblein geht dann nach wenigen Tagen zum Metzger. Kalbfleisch ist nicht anderes als Baby und ich glaube, das ist schon nur mal etwas, was viele nicht wissen, was da für eine Brutalität dahinter steckt. Und Tiere, wie eben auch Kühe, sind sehr feinfühlige Lebewesen und es ist nicht so, dass denen das einfach egal ist, wenn man denen eher Junges nimmt, welches sie neun Monate lang ausgetragen haben. Die Kühe und das Kalb, die schreien tagelang nacheinander, wenn die getrennt werden. Das ist brutal für die. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mein Kind bekommen würde und man würde mir das direkt wegnehmen, das ist doch schrecklich, weil du spürst es, dein Kind. Und genauso spürt auch eine Kuh ihr Baby um das Ganze neun Monate lang. Also ich finde schon nur, dieser Prozess ist brutal und ich finde, das ist ja auch, auch wenn das ein Biohof ist, auch wenn nach einem Biohof vielleicht Tiere teilweise ein bisschen besser gehalten werden, ist es für mich kein Argument, weil schlussendlich werden sie ja doch getrennt. Und muss die Kuh ja dann irgendwie wieder schwanger werden, weil sich diese Milchproduktion ja dann irgendwann einstellt und die Nachfrage nach Milch ist ja permanent da. Also Kuhmilch ist ein Riesenthema. Ja, jetzt kommen wir aber mal zum Kalzium. Wie viel Kalzium brauchen wir denn überhaupt? Ich kann euch sagen, ein erwachsener Mensch braucht ungefähr 1000 Milligramm Kalzium am Tag. Und 100 Milliliter Kuhmilch liefern uns ungefähr 120 Milligramm Kalzium. Jetzt muss ich kurz auf meine Liste spicken. Genau, Kuhmilch ist ungefähr 120 Milligramm Kalzium. 100 Gramm Grünkohl zum Beispiel liefern 212 Milligramm Kalzium. 100 Gramm Brokkoli 110 Milligramm Kalzium. 100 Gramm Kichererbsen, 124 Milligramm Kalzium. Also das ist alles eigentlich, wie ihr sehen könnt, problemlos machbar. Also ihr könnt die Kuhmilch streichen und halt einfach öfter irgendwas mit Kichererbsen oder Brokkoli oder Grünkohl oder solchen Sachen essen. Es gibt noch viele Quellen mehr und dann habt ihr euer Kalzium. Und auch hier, glaube ich, ist es definitiv möglich, Kalzium fairer, nachhaltiger und ohne Tierleid. Und ich finde halt auch gesünder aufzunehmen. So, ihr könnt sehen, das wird ein längeres Video. Das war es jetzt schon mal einfach kurz und hoffentlich einfach erklärt zu diesen Fakten. B12 könnte ich jetzt auch noch drauf eingehen. Ich glaube, das mache ich in einem separaten Video, sonst wird es effektiv zu lang. Ich verlinke euch unter diesem Video aber einen Post, wo ich etwas auf Instagram zu B12 geschrieben habe. Und genau, ich möchte jetzt nämlich fortschreiten zu der Frage, wird unser Kind dann zwangsernährt? Also, zuerst einmal möchte ich sagen, dass sich die Ernährung von Babys, egal ob jetzt Mischköstler, Vegan oder Veggie, eigentlich gar nicht groß unterscheidet. Deswegen frage ich mich ja immer wieder, wieso machen die, wieso machen die so ein Cheese-System? Wieso kommen sie immer mit diesen Ängsten, was passiert dann mit dem Baby? Wie muss es dann vegan essen? Also, zuerst einmal empfiehlt ja die Weltgesundheitsorganisation sowieso, dass man vier bis sechs Monate ausschliesslich stillt. Heisst, die ersten vier bis sechs Monate, ich wünsche mir bei mir, dass es ein bisschen länger geht, aber das hängt dann von mir und dem Kind ab, ob sie überhaupt an die Brust will, ob ich überhaupt genug Milch produziere. Meine Mama hat mir gesagt, ich habe nach acht Monaten Stillen, habe ich den Kopf abgedreht und wollte nicht mehr. Das werden wir dann sehen, aber mein Wunsch wäre es, ein bisschen länger als diese sechs Monate stillen zu können, weil ich das halt einfach, weil ich finde, Muttermilch liefert alles, was halt ein Baby braucht, um gesund zu wachsen. Und ja, also mit Muttermilch ist das Kind einfach gut ernährt. Genau, die ersten vier bis sechs Monate gilt für jedes Baby, egal ob Mischkössler, Veggie oder vegan, sowieso ausschliesslich Muttermilch und dann gibt man Beikost. Und jetzt Beikost, das sind ja dann diese Babypreise, woraus bestehen die? Das sind Früchte- und Gemüsepreise, also die sind eigentlich auch vegan. Und es beginnt halt dann, wenn das Kind vielleicht, ich sage jetzt mal plus, minus, das kann natürlich von Kind zu Kind variieren, ein Jahr alt ist, dann wird es dann irgendwann vom Tisch mitessen wollen, es wird es probieren wollen. So, jetzt hat sich leider die Kamera kurz ausgeschalten. Genau, das Kind wird vom Tisch probieren wollen und dann wird sich natürlich die Frage stellen, ja, darf es denn das essen oder nicht? Und natürlich darf es das. Also, wenn meine Tochter halt dann sagt, hey, was Papi da hat, will ich auch probieren, dann soll sie es probieren. Und auch später, wenn sie dann irgendwie auf Kindergeburtstage geht, dann soll sie nicht veganen Kuchen essen. Und dann soll sie auf Klassenfahrt haben, mal irgendwo ein Würstchen grillen oder irgendwas. Das Letzte, was ich machen will, ist, weder meiner Tochter, noch meinem Freund, noch irgendjemand von meinen Followern oder sonst wem, die vegane Ernährung aufzwingen. Das soll doch jeder selbst entscheiden dürfen. Nur sind halt Kinder, also die können das halt noch nicht, vor allem anfangs. Deswegen, wie ich euch ja gerade gezeigt habe, es ist wunderbar möglich, sich vegan zu ernähren, dass eben auch eine Schwangere, eine Stillende oder ein Kind alles bekommt. Ich habe meine Blutwette gesehen. Meine Ärzte, der vegane Arzt, sowie auch die nicht-vegane Ärztin, sagen beide, es ist nichts dagegen einzuwenden. Und man ist natürlich auch, zum Beispiel in den USA oder in Kanada, da sind die Ernährungswissenschaftler einiges weiter als mir da in der schönen kleinen Schweiz. Kanada zum Beispiel hat ja die gesamte Ernährungspyramide umgestellt, aufgrund vom Wissen, was man heute einfach hat, was man früher nicht hatte. Ja, auf jeden Fall, das jetzt nicht wieder abschweifen. Ich sehe keinen Grund, wieso es nicht möglich sein sollte. Und trotzdem, wenn sie sich anders ernähren möchte als ich später, wenn sie selbst entscheiden kann, dann ist das ihr gutes Recht. Sie wird irgendwann selbst darüber entscheiden. Und ich glaube, wenn sie zum Beispiel nach mir kommt, dann ist es sowieso, dass sie ihren eigenen Kopf hat. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, oder ja, eine Mama, die vielleicht schon einen Teenager hat, die mir hier zuschaut, oder auch ein Papa, der weiss, dass man dann eh nicht mehr kontrollieren kann, was die Kinder machen. Von daher, sie wird eh machen, was sie will, sowieso, wenn sie nach ihrer Mama kommt. Natürlich glaube ich auch, oder hoffe ich auch, dass wir alle uns weiterentwickeln und dass immer mehr Wissen und Fakten zum Thema vegane Ernährung in Umlauf kommen. Und dass es dann halt in einigen Jahren, wenn sie dann in dem Alter ist, dass es dann schon nur in den Schulen und so mehr Kinder gibt, die sich ebenfalls vegan ernähren, dass es dann eben nicht mehr so eine Seltenheit ist. Und dass man dann im Allgemeinen einfach auch mehr weiss und sich nicht ständig rechtfertigen muss. Ich persönlich sehe das, was ich jetzt hier mache, überhaupt nicht als rechtfertigen. Ich werde mich nie vor jemandem rechtfertigen, erst recht nicht von Laien, die sich noch nie in ihrem Leben mit einer Schwangerschaft, mit der Ernährung eines Babys oder allgemein mit dem Thema Ernährung befasst haben. Ich glaube, da darf man sich gar nicht darauf einlassen, aber ich mache solche Videos halt gerne, weil ich Aufklärungsarbeit leisten möchte und weil ich einfach finde, dass man so oft einfach immer noch effektiv die falschen Informationen bekommt. Schlussendlich mögen dann viele sagen, ja, aber du hast dich jetzt halt extrem befasst, du weisst jetzt das. Aber ich glaube, jetzt habe ich euch so einfache Sachen gesagt, das sind halt Dinge, die haben wir nicht einfach von Geburt in unser Hirn mit eingebaut bekommen. Es gibt es halt manchmal im Leben, meine Lieben, dass man sich mal kurz mit etwas befassen muss, dass man mal irgendwie ein Buch lesen muss, um an Wissen zu kommen. Ja, also ich glaube, das liegt halt in jedem seiner eigenen Hand, wo er sein Wissen herholen möchte. Aber ich glaube, es ist echt nicht so eine Hexerei. Man befasst sich halt einmal und dann weiss man es. Und ich glaube, diese Möglichkeit habe nicht nur ich, die hat jeder. Und ich persönlich bin auch der Meinung, man muss sich nicht nur in einer veganen Schwangerschaft oder in einer veganen Stillzeit oder in einer veganen Kinderernährung damit befassen, wie man es dann machen muss, dass es gesund ist, sondern ich glaube, das muss man allgemein. Wer gesund sein will, muss sich so oder so mit Ernährung auseinandersetzen. Weil Mischkost ist nicht einfach gleich gesund. Und man kann nicht einfach sagen, wer sich mischköstlich ernährt, hat automatisch alle Nährstoffe. Also wenn ich zum Beispiel, sagen wir jetzt mal ganz alt, weil es gibt doch ganz viele Menschen, die sagen einfach, ja morgens mag ich gar nichts wirklich frühstücken, vielleicht einen Joghurt und mittags hole ich mir halt einen Döner oder gehe kurz zu McDonald's und dann irgendwie nachmittags hole ich mir ein Sandwich von der Tanke und irgendwie so ein Kaffee-Latte und abends mache ich mir halt eine Tiefkühlpizza oder eine Lasagne in den Ofen, weil es halt schnell geht und dann muss ich nicht groß kochen. Es gibt Menschen, die sich so ernähren und denen würde man ja selten sagen, oh, du musst dich aber auf deine Ernährung achten, weil es irgendwie in unserer Gesellschaft einfach normalisiert ist. Und ich glaube aber, wenn man dann wirklich die Blutwerte dieser Menschen anschauen würde und mal die Nährstoffe checken würde, ich glaube, denen könnte es an allen möglichen mangeln, also an diversen Vitaminen zum Beispiel. Und ich glaube, eine vollwerte vegane Ernährung, die liefert so vieles. Und klar, vegan kann sein nur Weisskot und Zucker, das ist vegan, dann will ich auch einen Mangel an allem möglichen haben. Oder sie kann eben ausgewogen sein und natürlich, da muss man sich einmal kurz befassen, genauso wie man sagt, hey, ich will mich mischköstlich ernähren, ich will aber gesund sein und ausgewogen, auch dann muss ich mich kurz befassen, das muss man doch so oder so. So, jetzt habe ich extrem viel geredet in diesem langen, langen, langen Video. Ich könnte noch lange über dieses Thema weiterreden, aber ich glaube, ich schließe dieses Video hier mal ab. Weitere werden natürlich folgen. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Fragen mal aufgeklärt, eben diese schwierigen Stoffe, wie eben Eisen, Protein und Kalzium, wie kann man die pflanzlich beziehen. Und ich verlinke euch einige Posts. Ja, ich weiß nicht, ob ich die schon online habe, wenn dieses Video kommt. Ich werde auf jeden Fall auf meinem Instagram, wenn sie noch nicht online sind, bald noch mal einige Posts zu diesem Thema machen. Und ich hoffe, ich habe euch diese Kindereinigungsfrage auch beantwortet. Unsere Tochter wird nicht auf die Wellkommnung direkt ein Steak eingefüttert bekommen. Sowieso sagt man ja auch, also ich habe das von ganz vielen Hebammen und Ärzten schon gehört, die nicht vegan sind. Man sollte Babys keine Kuhmilch geben, dass sie schwer verdaulich ist. Genau. Also sie wird anfangs so oder so wie jedes Baby nur Muttermilch haben und später mit der Beikost auf Früchte- und Gemüsepreis eh vegan sein, wie mehr oder weniger jedes Baby. Und später, wenn es in meiner Verantwortung liegt, werde ich ihr kein Fleisch füttern, weil es aus meiner Sicht nicht möglich ist und ich es, wie es eben in diesem Video erklärt, sehr gut auf platzliche Weise machen kann, dass es ihr an keinen Nährstoffen fehlt. Aber wenn es eine Art genug ist, wird sie selbst entscheiden. Und das ist auch richtig so und das soll auch jeder für euch. Vielen Dank, jeder von euch, ja, sorry mein Deutsch, heute mal wieder. Ich habe schon lange kein deutsches Video mehr aufgenommen und ich rede schon wieder viel zu viel. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dem Video mitnehmen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, zahle.